Der zupf dich! Okay, das Teil ist kaputt. Wie kommen wir denn da an den Bauplan ran? Wo ist denn der? Da lag eine Motorsäge. Die kommt ganz richtig, gerade. Ja, durchgeschnetzelt. Kommt her! Alter! Stirb! Ach, da hinten ist der Bauplan. Das ist der Bauplan. Gut, das Power-Megafon haben wir auch. Ähm, ja. Ja, wir haben momentan echt nichts so annehmen müssen. Oh. Das ist doch nicht eine Ampel. Okay, das wird hier so ein Tot-Ding. Okay, das Teil ist vielleicht doch ganz schön mächtig. Zip, zip. Zip, zip. Zip, zip. Ich brauche Essen. Geh mir mal ein Vitamine mit. Dann nehme ich mir so ein Vitamin-Päckchen mit. Warum auf jeden Fall nicht. Aber ich bedanke mich für ein bisschen Vitamine. Alter, die Nachtgade ist schon bestimmt tausend Jahre gefühlt. Ne. Ne. Gebe ich mir auf, wenn da wirklich mal massig sind. Mal wieder. Verzieh dich! Okay, schön zu wissen. Dass ich das echt nur hier mit regeln kann. Komm her! Nein! Okay, okay, okay. Das war nicht so gut. Verzieht euch! Verzieht euch! Alter, das sind so viele! Alter, da kommt auch immer mehr raus. Ein funktionierendes Auto! Ja, das war natürlich voll intelligent von mir. Da ist wieder so ein tragisches Schicksalsgedöns. Das ist echt übel, ey! Das sind die üblen Tode! Verzieh dich! Verzieh dich! Verzieh dich! Alter, hier hinter mir explodieren! Naja, in der Theorie zumindest. Matsch! Da hat's ihn zerlegt! Da hat's ihn zerlegt! Sehr schön! Nur bringen tut das das hier irgendwie nicht. Doch. Nach oben. Ja, ja, du mich auch. Hi Zombies! Hi Zombies! Das sind ja meine Freunde! Ja, ja, Nahkampfwaffen-Action. Oh, warte. Hier liegt ein Vorschlaghammer. Der kam gerade genau rechtzeitig. So, da sind beide tot. Ich hoffe, dass der Wege ist. Zumindest der zweite Schlag. Zumindest der zweite Schlag. Hoi! Was hast du, was? Hammergeil! Schauen wir erstmal hier oben weiter nach. Hoi! Homerun! Feuerwerk ist das eh Beste. Da sind Waffenbaupläne. Yeah! Ach. Damit. Lass doch mal das Zeug fallen. Elektro-Megafon. Elektro-Megafon. Ja, das Megafon... ...hatten wir ja schon. Aber... ...es ist viel intelligenter, sich einen Elektro-Crusher daraus zu bauen. Der Teil geht nämlich ordentlich mehr ab. Leicht gruseliger Sound, wenn er so... ...kommt. Aber genau hier drin werden wir auch... Alter, geil, eigentlich. Hier kann man bestimmt drin überleben. Ich will den Frank haben. Danke. Alter, lol. Zombie-Köder, what the fuck. Ja, aber Hauptsache, wir haben ein Massage-Gerät dabei. Boah. Ein Kochmesser. Also, die hatten hier eigentlich alles. Ja, komm. Nehmen wir den Wodka mit. Ein Katana! Sehr geil, danke. Das habe ich gebraucht. Wird jetzt mal weiter rumgeballert. So. Dann geht's da hin. Und dann von mir aus zu einer weiteren Mission. Da haben wir momentan ganz, ganz viel Kram gesammelt. Aua! Aua! Verzieh dich! Endlich wird's mal wieder Tag hier. Hi! Bei! Ja, ja. Versammelt euch... Versammelt euch um mich! Und bei! So. Alter, ihr seid so viele! Alter Alter Da sagst du was, sauf dir mal den Wodka weg Das wird jetzt lustig Sehr schön Ich hab keine Schoßwaffen mehr, nein Halt dich doch an was fest Boah, ne Schusswaffe Oder so Mir meine Axt wieder Okay, mit der Axt geht das relativ schlecht Kann man sich hier nur durch die Boden schnitzeln Alter, verzieh dich Alter Ja, ja, es wird mal wieder Zeit, dass es mal wieder Tag wird Einarmt und dann tot Da sagt er, was war das? Keine Waffen mehr Das ist echt übel Jetzt haben wir nämlich keine Waffen mehr an sich So viel Waffenplätze frei Aber nichts mehr Da, was eine Waffe sein könnte So, egal Einmal hier rein Mission Oh Gott, du lebst Du hast Zombrex Ich schaff das Keine Sorge Gott sei Dank, Baby Wir brauchen Hilfe Ein Fehlschlag Sie braucht mich Ich hab die Jungs enttäuscht Ihr satiert mir an Yeah Weißt du, was die mit Verrätern machen? Einmal Was? Oh Mann Halt's Maul Er ist ein alter Freund Wir waren zusammen im Kinderheim Das ist schräg Ihr habt fast dasselbe Tattoo Äh, ja Ich weiß nicht, was das bedeutet Wir hatten es schon immer Man muss es reparieren Vielleicht fehlen ein paar Teile Ich seh's mir an Zum Teufel, wo finden wir Benzin? Tja, eigentlich Gibt's ne Spur? Vielleicht Ja, da war so ein Kerl Er sucht nach Annie, glaub ich Er gibt mir Benzin, wenn ich sie ihm bringe Ha, das ist doch toll Eine Win-Win-Situation Außerdem hat es diese Kleine echt nicht anders verdient Ja, aber Hör zu Sie haben ein paar Verstecke In der ganzen Stadt Ein großes davon soll wohl in Sunset Hills sein Achte auf dieses Graffiti Das zeigt, die Gegend stimmt Ein Zeichen, dass das eine sichere Zone ist Such einfach weiter So findest du sie bestimmt Das kommt mir echt wie ein mieses Ding vor Ich weiß, sie ist echt süß und sauer Aber unsere Ärsche zu retten Ist wichtiger als sie flach zu legen Ich suche sie Spiel erfolgreich gespeichert Finde die illegal Infizierte Nein Jetzt wieder ordentlich gezeugst, ja Sehr nice What the fuck Sprengfleisch Na ja Großartig ist anders Geil, Tennis-Outfit Oh yeah Und endlich eine Piste Nimm die mit Können wir nämlich gebrauchen Da haben wir uns wieder mit Waffen ein bisschen versorgt Haben wir noch Nahrung? Natürlich haben wir keine Nahrung Aber In der Theorie Da hinten ist wieder so ein tragisches Ja, du mich auch Ach lol, da Das ist auch übel Ein Überlebender ist gut Ich weiß, du willst es nicht tun, Schatz Aber wir haben keine Wahl Finde sie Ich weiß, du willst es nicht tun, Schatz Sauf dir mal was Nimm das auch mit Das Katana Hm Ich weiß auch nicht Wo ist die Alter Da hinkommen ist ja überhaupt nicht schwierig oder so Rechts Mhm Nee Wird so nix Wir fahren rechts, rechts Dann hier lang Links Nee Doch, links, rechts Alter, das ist so weit weg Ich weiß, woher wartest du, Schatz Bewege dich endlich! Nett Wohin sie Wohin wartest du, Schatz? Ja Ich hab für den Kram ein NICH Du schaffst das Sag ihr es ist ein Dates Dann hält sie dich nicht für einen Arschloch Hammergeil Die sollte ich mir vielleicht aufbewahren Sollte ich mir auf jeden Fall aufbewahren Ist jetzt nicht wieder Tag Sind die Zombies nicht wieder voll Die nett flauschigen Lebewesen hier So, einmal rechts bin ich jetzt gefahren Und geradeaus durch An den Loser-Zombies vorbei, die keine EP geben Gegensatz zu den Nachtzombie-Schwärmer-Typen Ja, hab ich gemerkt Ich muss die Haltbarkeit von Waffen erhöhen Tennis-Lehrer Nick ist schon da Zack Zack Ja, dann mach so weiter Ich schnetze mich hier quasi durch So eigentlich gar keiner mehr über K.I.D. Vielleicht noch Ich schneide mich auf Kein Thema, Level 17 haben wir auch noch dabei erreicht. Yes, zwei Attributpunkte. Ein Leben mehr. Hm. Was könnten wir denn noch gebrauchen? Ja, Axtwaffen eigentlich auch. Ach. Ja, ja, zum Break-Ships, bla bla. Gucken wir mal, wo die sind. Alter, okay. Wobei, hier sind Baupläne. Baupläne? Okay. Komm her. Tennis-Lehrer mit der Jogginghose, auch wenn es eine Polizeihose ist. So, irgendwo muss man hier hoch können. Das funktioniert so nicht. Ich lasse mich doch nicht treffen so leicht. Hauptsache, so ein Hochspannungsteil. Ja, ja. Und dann war sein Kopf weg. Kommt man denn auf das Hochspannungsnetz? Hi. Interessante Frage. Ja, weg. Ist ja dieser Feuerwehr-Zombie-Füb. Ja, Eingang. Joa, geht. Ich muss mir nur gerade nur noch etwas überlegen. Wie man da reinkommt. Kann doch nicht sein, dass man hier... Ah, so geht's anscheinend auch. Da hinten ist der Weg. Verzieht euch. Wenn der Wegori ist. Jetzt ist er. ivhh! Vielen Dank.